Ja, hallo, ich befinde mich da jetzt, wie man sieht, im schlechtesten Videospiel aller Zeiten, das absolut keinen Spaß macht. Mit anderen Worten, es ist nicht Minecraft. Und nichtsdestotrotz habe ich sehr interessante Unterhaltung mit dem Chef Kaplan geführt. Der hat gemeint gehabt, einmal seltsig doofen, denn eine Lootbox, ein paar Kaffee. Also, wenn man das machen geht, kriegt man nicht nur besonders geile Items in einem Spiel, das überhaupt keinen Spaß macht. Sondern, wenn sehr viel von diesen Boxen gekauft wird, wird es an Weihnachten, darf man aber nicht weiterverroten, nochmal ganz besondere Lootboxen geben. Gut, und das ist jetzt auch. Kaff ich mal. Ja, tschuldigung. Sind sie sicher? Werd' mir jetzt bestimmt nochmal gefroht, ob man es wirklich kaufen will, das geht ja jetzt nicht sofort ab. Oh, Kauf abgeschlossen. Nicht mal Passwort in Gab, direkt, BAM, Geldfahrt. Ja, sehr gut. Seht man dann auch, aufmachen tue ich sie nicht, weil das Spiel macht mir persönlich keinen Spaß. Bis zum nächsten Mal.